So, nicht im Wasser, weil es okay war. Und? Freeze? Genau. Und naja, es war für meine Verhältnisse nahezu. Na? Cool. Sagt man nicht mehr, gell? Aber ihr wisst ja, ich bin ein bisschen alt. Jups, 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 jups. Jawoll. Toll ist es schwingend durch die Gegend laufen. Springbox. Aber das wollen wir nicht mehr. Springbox ist gut. Die falsche Mehrzahl von Springböcken. Guck mal da. Springbox. Was sind denn deine Lieblingstiere, mein kleiner? Springbox. Da bin ich eben gestorben. Und da will ich auch wieder hin. Aber nicht ganz da hin. Was ist das denn? Ey. Nein. Schule? Schule will ich nicht. Aber diese Gebäude da sind toll. Da bin ich gestorben, da will ich hin. Genau. Na? Oh, da ist ja gar nichts los. Fuck. Gut. Wir wollen da nicht hin. Wir vergeigen es. Der Anfang eben war ja echt mies. Ähm. Na ja, dann müssen wir doch da rein. Mist. Andererseits verläuft man sich ja da auch leicht. Ich nicht. Ich kenn mich da. Ich kenn das Ding wie meine Westentasche. Ich glaub in diesen Gebäuden ist doch immer was zu finden. Zum Beispiel Gegner. Ist das da was? Nö. Das ist hauptsächlich Müll und Schrotflinten. Ein Sichelchen. Oh, die will ich nicht. Aha. Und wir merken uns. In diesem Gebäude ist auch was im Bad. Hoch oder da rein? Wow. Mengenweise Zeugs. Andere Knarre. Meine reicht mir. Ein Rucksäckchen. Andere Leute sehen auf den ersten Blick, dass das nicht die richtige Munition ist. Aber ich bin keine anderen Leute. Achso. Ich hab ne Schrote. Ich hab ne Schrote. Aber auch Luten. Ich hab ne Schrote. Ich hab ne Schrote. Ich hab ne Schrote. Er ist über mir. Wollen wir uns denn ganz aggressiv holen? Da ist er rein. Ist er da noch drin? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hm. Ich glaub das war er. Ist hier auch still. Ja. Helm hab ich. Rucksack. Hab ich. Stufe 1. Nehmen wir. Zweifachsuche. Nehmen wir. Schmerzmittel nehmen wir. Ähm. 5. 5. Okay. Nehmen wir. Was ist denn SKS? Ja. Die Schrote war gut. Komm. Die Schrote behalten wir auch. Sonst weiß immer 4 drin. Wir haben 5 von 1. Ich habe einen. Nein. Nein. Ich weiß nicht. Das ist wahr. Das ist ja Corona. Ne. Hat der noch Schrotmonition oder sowas? Welche Munition nimmt denn der? Jawohl, er nimmt die da? Ne, wie viel hier drin? Nehmen wir die Schrote. Nochmal danke Sascha für den Tipp. Warte, das Magazin ist auch toll. Ich glaube, dieses Haus ist jetzt auch halbwegs geräumt. So, nur um nochmal dran zu erinnern, ich warte immer noch auf die Runde. Mit zwei Kills. Ich warte auch noch auf die Route 1, aber übel wäre es natürlich, wenn wir die Route 1 hätten. Mit nur... Okay, das wollten wir nicht. Mit nur einem Kill. Was fehlt mir noch? Ich habe... So, ne, das Zieldings habe ich auf der anderen. Aber hier ist Schrote super. Sowas brauche ich nicht. Oh ja. Ne, die passt nicht, oder? Hm? Ach, 7, 6, 2. Oh. Ach, das ist für die Pistölchen. Ja, brauche ich 5,56er. Ach, die kenne ich aus Fallout. Da war es auch immer meine Lieblings. Komm, wir gehen noch eins hoch. Passt halt. Ähm. Ach so, da war keiner drin. Da war vielleicht einer drin. Kugelschlaufen. Ja, das ist echt niemand. So dreist. Ähm. So dreist. So dreist. So dreist. Ähm. Campe doch nur nicht. Da war ich noch nicht drin. Kugelschlaufen. Rotpunktvisier. Endgranate. Da noch rein. 5, 5, 6. Da haben wir es. Die Sichel werfen wir weg. Ja, in Stufe 2 haben wir. Aber jetzt 2 wäre es die Stufe 1. Okay. Haben wir schon. So. Da geht es jetzt ab. Kann ich da vielleicht mitmachen? Da nicht. Da auch nicht. Eher auf der anderen Seite. Oh. Ist doch ganz deutlich von da gewesen. Da ist aber nichts zu sehen. Oh. Hm. Ich glaube, wir sollten uns bei all dem. Mal. Okay. Was. Das war. Okay. Das war's für heute. Okay, es war laut. Entweder da raus oder ich höre die Tür. Aber ich sollte... Ja, so geht es. Warten wir hier mal noch mal ein bisschen. Ich weiß, ich soll das nicht. Aber das ist ja nicht ängstlich. Es ist nur praktisch. Die ballern sich ja hier kräftig weg. Das ist das Gebäude hier, das gefällt mir. Und einen Kill habe ich. Noch einen. Ähm, was? Oh, ich bin immer noch drin. Mist. Oh, oh. Na ja, gut. Ich muss einfach nur treffen. Und zwar aus der Hüfte. Weil der Endkampf wird nicht hier sein. Dann gehe ich ganz schnell auf die andere, wie auch immer die heißt. Und ja. Mit dem Zielfernrohr, das ist jetzt eh nicht so meins. Mit dem Zielen ja, aber ich habe die meisten Kills... Also ich weiß nicht, ob ich mit dem Zielfernrohr schon mal einen gemacht habe. Oh. Kommt da einer. Wollen wir vielleicht mal... Genau. Wollen wir vielleicht mal. Hey, super. Musst du hier rein? Okay. Das Ding hat doch nur einen Eingang. Nee. Ich bin so doof. Wo kam denn der her? Ich bin einfach doof reingerannt. Warum macht er die Tür auch und kommt nicht? Entschuldigung, das war dumm. Ich war abgelenkt und das war dumm. Ab ins Wasser. Und wieder mal kein zweiter Kill. Diesmal hätte ich ihn haben müssen. Mach die Tür auf klar, lauert der. Hat mich gesehen und ist wieder rein, zurück und wartet auf mich. Und ich fall drauf rein. Oh, uncool. Auf der Suche nach dem zweiten Kill. Silence! I kill you! Ach so, nee. Wasser. Das war schlecht. Das war schlecht. Und dann gehe ich ins Wasser. Ich finde die Tasten nicht. Super. Und... 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 Patsch! Gleich runter. Nicht unten. Nee, ich bin nicht unten. Ich gehe aber runter. Jawohl. 86 beigetreten. Ja. Und alle haben sie mir beigetreten. Hintenbei. Das war unnötig. Mann! Was ich nicht wusste ist, dass es da einen zweiten Eingang gibt. Aber zu den Häusern will ich jetzt nochmal. Das war toll. Ich weiß ja jetzt auch, wie die von oben aussehen. So. Flie... Fliege... 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 Klang, Schüge fliege... Ja... Was ist hier? Zack! Ich will da wieder hin. Das waren sie doch, oder? Ja, das waren solche. ich will wieder solche häuser haben das hat mir gefallen das müssen wir üben die da auch aber egal der will woanders hin in diese häuser mit dem flachdach dort will ich vielleicht sollte ich vielleicht sogar aufs flachdach aber nicht dann nehmen wir das mittlere nein nein das ist schlecht doch ich bin unten ist noch nicht gesehen weg bis zu früh genau wie beim ersten mal platz ach so ja da hatte er nur eine granate wie wärs mit einem rucksack oh gott sind hier viele leute liebe das da wollte ich nicht hin egal da ist der andere eingang kein single handgranate gasmaske ich kann nichts mehr aufheben außer einem mega ich muss hoch ich merke gerade was diesmal ist die zone nicht hier aber klappt okay wo machen die da häuser kampf ist ja eklig das wolltet ihr doch alle nicht auch ein rucksack hey wunschkonzert kompensator nehme ich so brauche ich nicht aber egal weißt du was wir gehen nach unten hoffen dass da keiner ist wenn doch hauen wir ihn mit der uzi weg ich kann doch da nicht mitten durch weiß man sollte schauen wieder außen durch das da ist quatsch genau falsch rum so in der nähe von häusern geht niemand niemand hier rein außer vielleicht der steht da um die ecke oder er rennt wenn er da steht ne er ist gerannt dann rennen wir ihm doch mal hinterher wird er reingerannt rein ne ach komm so ne sag mal egal beat wie weit ist es ja vielleicht ist ja hier irgendwo ein auto solange man träume noch leben kann auf die entfernung wechseln wir nochmal die waffe auto und alles ist gut ein auto und alles ist gut das hat doch eben auch mit dem rucksack geklappt weil ein auto ne dann ist ja alles gut also mit so einem auto eher netter versuch aber das ist so nicht das was ich meinte das kann ich gar nicht bringen jo ein run 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 ich habe ja ein bisschen was aber bin weit weit weg von der zone aber aber ein kleines bisschen Verbandsmaterial dabei und auch noch ein bisschen zeit weil die zone kommt ja von ganz außen und noch wandert sie nicht dafür aber ich und ich bin ja so schlecht nicht ausgestattet weil zielfernrohr fragt mich nicht warum bringt mir kein glück zum neil paar eh nicht ok kommen wir da hoch ja so das ist eine falle ist mir aber egal ich bin ja hier raus auf den wald dein lippenspringstift ich habe ihn gesehen nein zu viel rot auf deinen lippen du hast noch gesagt mach mich nicht an die augen sagen mehr als baute Oh 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 oh! Uhuhu! Mann! Oh, guck mal da! Das Auto! Geh weg! Ey! Hör auf! Das ist krass! Wir donnern genau auf die Schule! Natürlich nicht! Ich will doch nie in meine Ruhe! Uhuhu! Ich entwickle mich langsam zu einer Art Automeister! Naja! Oh oh! Habe ich das gesagt? Hätte ich das tun sollen? Ist das in der Bombenzone? Sind wir da im Auto geschützt? Sind wir wahnsinnig? Sind wir chancenlos? Sind wir so gut wie schlecht wie tot? Wir sind in der Zone! Aber in beiden! Okay! Wir brettern durch die Innenstadt! Aha! Aha! Oh Gott! Und raus! Das war... Das war... ... 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